Musik Die HFMT hat super viele Ressourcen, die mich weiterbringen, die ich nutzen kann, um professioneller Musik machen zu können. Zum Beispiel gibt es super viele richtig gute Instrumente, gute Infrastruktur, für mich persönlich Musikproduktion. Es gibt Orte, wo ich hier produzieren kann. Für eure Kreativität möchten wir euch Raum geben und die nötige Ausstattung. Und die Ergebnisse könnt ihr dann in unserer wunderbaren Jazz-Fall der Öffentlichkeit präsentieren. Und anschließend treffen wir uns in der Backstage. Wir freuen uns auf euch. Musik 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 Untertitelung. BR 2018